So und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Bionic of Isaac Afterbirth Plus und wir werden diesmal versuchen ein paar neue Items zu bekommen. Deswegen spielen wir mit Isaac im 3D-Mode oder bietet sich irgendetwas anderes eher an? Mal kurz durchschauen. Gibt es irgendwen, der sich anbieten würde dafür? Azaza definitiv nicht, mit dem haben wir hinterher nur Probleme. Eigentlich nicht. Und los geht's. Basement, unser erstes Item ist nützlich. Höhere Tierrate, wir sind kleiner und wir kriegen ein Sehnhärz dazu. Das ist sehr, sehr schön. Oh, ich glaub das hatten wir noch nicht. Hatten wir das schon? Ich glaub das hatten wir noch nicht. Oh. Okay. Ludovico ist natürlich auch eine Idee, aber ich glaube jetzt keine sonderlich gute. Wenn ich noch an Bomben rankommen sollte, wie auch immer ich das hinkriege, dann haben wir definitiv genug Geld, ansonsten nicht. Ich bin gespannt. Ich hab nicht gerewollt. War eigentlich Verschwendung, aber es war nix zum rerollen da. Ich möchte das ein Item dann nicht rerollen, weil es nützlich ist. Ich fühle mich so schwach, obwohl meine Stärke sich überhaupt nicht geändert hat gerade. Oh, das Tearsup ist so schön. Das Tearsup ist so schön. Dankeschön, dass du gestorben bist. Hoppla. Das war knapp. Ninjas. Ne, doch nicht. Das sind ja gerade keine Spinnen. Ich hab sie kurz zu spinnen gehalten. Ich muss gleich mal den Seed noch nachlesen, bevor ich das wieder vergesse. Hey, hey, hey. Red Pop Distanz. Mach ich am besten jetzt. Da. Das ist der Seed. Los geht's. Oh, hi. Jetzt ist nur die Frage, kriegen wir 15 Münzen zusammen? Ich hoffe, ich hoffe, ich will das Item haben. Das wäre so verschwendet gewesen, wenn wir das Item nicht zusammen bekommen, wo ich dann nicht gerübelt habe, weil es ist eigentlich auch egal. Wenn wir keine 15 Münzen zusammen bekommen, ist es auch egal, ob ich theoretisch gerübelt hätte oder nicht, weil ich kann mir eh nix kaufen dann. Okay. Außer es ist vergünstigt. Das ist eigentlich nicht der Fall sein sollte. Boah, wie gut das gerade läuft. Aber ich glaube, wir kriegen nicht genug Geld. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Okay. Okay. Das sind die letzten. Doch, wir kriegen genug Geld. Wir kriegen genug Geld. Außer wir haben ganz viel Pech. Wir kriegen genug Geld zusammen. Außer wir haben ganz, ganz, ganz viel Pech. Komm, wir gehen mal rein. Gehen wir da rein? Jetzt ist eigentlich zu spät da reinzugehen. Ach, egal. Okay, wir haben genug Geld. Fantastisch. Hey Monstro, warum schubst du die falsche Richtung? Pin. Pin als zweiten Boss zu haben, ist eigentlich gar nicht nur so schlimm. Wuppala. Theoretisch müsste ich Pin nutzen und er den anderen tötet. Aua. Da habe ich nicht aufgepasst. Dann habe ich geschlafen. Stattdessen schießt er nur die Münze durch die Gegend. Das hat ja gut funktioniert. Au. Au. Okay, ich töte Pin als erstes. Das ist mir ganz zu doof hier gerade. Pin. Das war knapp. So viel dazu. Ich töte Pin als erstes. So. Gehen wir kurz raus. Hol uns das hier. Dad's lost coin. Hat uns ein Tears Up, äh ein Tears Up, ein Reinshop und ein Luck abgegeben. Wir sollten uns den Stützel kaufen, damit wir in den Goldraum reinkommen. Ja, okay. Und kriegen Müll. Schade. Aber ist das so schlecht? Ich glaube, das Item war gar nicht mehr so schlecht. Wir gehen mal hier kurz hier rein. Und das hat sich überhaupt nicht genutzt. Immer wenn wir Schaden kriegen, kriegen wir halt jetzt extra. Ich hätte rerouten können, aber das ist, nee. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Oh Gott. Ich bin gerade sehr froh, dass ich nicht gerootet habe. Denn Level Deal. Ist er tot? Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, er ist rot. Das ist gut. Erstmal. Ich will eigentlich das Baby zuerst wegkriegen. Sonst kommt das gleich hinterher geflogen. Das will ich nicht. Oh nein. Das Terror Baby ist wieder da. Das ist das Terror Baby. Aber das greift wenigstens nicht an. Wie die Geister oder so. Das wäre noch schlimmer. Jetzt komm ran hier. So. Devil Deal bitte mit Items. Jawoll. Das nehmen wir mit. Rerollen. Nee. Nee, 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 nee. Ja, mein Item, das muss reichen. Nächste Ebene. Ich frag mich, was Dads Lost Coin überhaupt bringt. Ich hab nicht aktuell überhaupt keine Ahnung. Oh ja, das nehmen wir mit. Das ist ein gutes Item. Damage Up. Und Shot Speed Up. Aber das ist ja eher relevant. Ein zweites Trinket können wir tragen. Das klingt auch gut. Sonst ist hier leider nichts. Schade. Und was haben wir hier? Das würde unsere Tierrate aufs Maximum setzen. Also aus Minimum. Also maximale Tierrate beziehungsweise minimales Tierdelay. Wir fangen einfach mal an. Gucken mal, wie weit wir kommen, ohne dass wir abkratzen. Aber das sollte hoffentlich funktionieren. Wenn das Viecher mal langsam weg ist. Was liegt da oben um? Ach, Münze. Okay. Was sollte auch sonst sein? Wäre was anderes gewesen, hätte ich mich gewundert. Du lebst ja immer noch. Keine Güte. Wie lange diese Gegner manchmal durchhalten, ist schon furchtbar. Warum habe ich mir die Seton jetzt nicht geholt? Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, ob ich die jetzt nicht geholt habe. Die muss noch kurz weg hier. Dankeschön. Ah, du. Böses etwas. Du böses, böses etwas. Okay, man kriegt ganz kurz ein Range ab scheinbar. Dass es irgendwie sinnlos ist. Das ist echt sinnlos. Ich hätte jetzt echt gerne einen Scorpio, weil ich hätte hier alle an, aber ich töte keinen. Naja. Egal. Wäre schön, wenn du auch noch mal kurz sterben würdest. Danke. Und das war's schon. Ich bin begeistert. Holen wir uns auch kurz auf die Setonion. Haben jetzt maximale T-Rate. Könnten jetzt hier rerollen. Mach ich auch. Krieg leider nur Müll. War eigentlich doof zu rerollen, jetzt so ich drüber nachdenke. Wir gucken mal kurz hier rein. Kriegen hoffentlich keinen Schaden durch irgendwas. Okay. Okay. Was bist du? Okay, wir sind raus. Wobei, es hätte ich nutzen können, um nach den Geheimen rumzuschauen. Ah, das wäre mir zu riskant gewesen. Weiter geht's. Ach ja. Little Horns. Und manche auch Little Bastard genannt. Wo ist er denn jetzt? Ach, hier. Komm ran. Dass er immer so auf Ewigkeiten auf Distanz gehen muss. Ich will doch gegen dich kämpfen und nicht vorher abhauen die ganze Zeit. Okay, er tut ja auf jeden Fall schon mal den anderen Boss. Das ist ganz angenehm. Und das war's. Nächster Gang. Kann ich rerollen, das ist ärgerlich. Aber selber schuld. Die beiden zusammen sind echt gefährlich, muss ich gerade mal feststellen. Der muss als erstes weg. Der ist richtig gefährlich, aus meiner Sicht. Der andere bietet sich gerade so an. Oh Gott. Okay, er ist tot. Perfekt. Wiedersehen. Und Devil Deal. Ah. Oh, so schöne Items. So schöne Items. Aber richtig. Ich würde gerne das mittlere mitnehmen. Ich würde echt gerne das mittlere mitnehmen. Aber nein. Wie ärgerlich. Echt ärgerlich. Das Item wäre so gut gewesen. Wäre richtig gut gewesen. Naja. Oh ja. Das muss ich mitnehmen. Ist glaube ich verständlich. Ja. Hier können wir unsere T-Rate aufs Maximum setzen. Sonst kriegen wir hier sehr sehr viel Müll. Außer der günstige Schlüssel. Der ist gut. Das Teil will ich nicht haben. Das re-roll ich. Wir gehen mal hier rein. Das hat sich mal wieder überhaupt nicht gelohnt. Wollen wir noch irgendwas hiervon haben? Nee. Dann fangen wir mal an. Und werden gleich wieder ein halbes Seenheitsopfern zum re-rollen. Gut gemacht. Zack. Hoffentlich kommt da was Gutes raus jetzt. Wahrscheinlich nicht. Nee. Kommt nichts Gutes raus. Warum auch. Wäre zu einfach. Ich kann mir Dinge kaufen, aber ich will mir nichts kaufen. Aua. Aua. Hallo. Na? Verängstigt? Zurecht. Ein übler Killer. Kannst du mal langsam drauf gehen? Nein. Kannst du nicht? Schade. Na doch. Jetzt. Au. Das tat weh. Oh Gott. Lebt der noch? Der lebt noch. Sehr schön. Auch der ist besiegt. So. Jetzt ist die Frage. Re-rollen? Nein. Re-rollen. Nicht. Kämpfen weiter. Bis zum bitteren Ende. Ich habe so viele Seenheitser schon hier verloren. Ich bin froh, dass ich das ein Item bekommen habe. Sonst sähe das jetzt sehr düster aus. Ziemlich düster. Dankeschön. Oh Gott. Ach herrje. Wir können beim Devil Deals gleich sehr sehr viel re-rollen. Also was heißt sehr sehr viel re-rollen? Wir können hoffentlich gleich re-rollen. Und können uns dann auch was Sinnvolles davon holen. Beziehungsweise ich würde ja hoffen, dass wir nicht re-rollen müssen, weil dann könnte ich das andere Item re-rollen. Oh Gott. Ist ja irgendwie gefährlicher geworden. Er kommt mir irgendwie gefährlicher vor als sonst. Wahrscheinlich irre ich mich. Und dann lebt noch was. Nicht mehr. Weiter geht's. Oh nein. Nein. First Case Szenario. Okay. Einer ist weg. Power. Okay. Wir kriegen das irgendwie hin. Einer ist weg. Okay. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Einfach ganz ruhig weitermachen. Nicht ausrasten. Der ist nämlich auch gleich tot. Er wehrt sich zwar noch, aber gleich ist auch weg. Sehr schön. Der will die hier. Und wir müssen nicht re-rollen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Tschüss. Bitte sei was Gutes. Ah, jetzt ist nichts Gutes. Vielleicht haben wir ja Glück. Warte mal. Ah, schade. Ich glaube, wir finden keinen neuen Items in diesem Run jetzt. Sieht zumindest nicht danach aus. Was haben wir hier? Ein Tears Up. Das brauchen wir überhaupt nicht. Ein HP Upgrade. Ja. Normalerweise würde ich es nicht mitnehmen. Aber ich glaube, ich nehme es jetzt gleich einfach mal mit. So viel zum re-rollen. So viel zum re-rollen. Dass ich diese HP Upgrade jetzt mitnehmen muss, ist schon schlimm genug. Ja, ich nehme es mal kurz mit. Dann ist es aus dem Item Pool schon mal raus. Ja, das ist ein... Ja. Wir gehen erstmal hier kämpfen. So. Da kriegen wir ein paar Sachen zusammen noch. Aua. Na komm. Ich fühle mich gerade sehr unsicher. Gut, damit ist doch der Run vorbei. Wir fangen einen neuen an. Adammt. Wir kriegen jetzt alle erst den Matic Mushroom. Neuer Seed. Ich habe jetzt zu hoch gepokert. All In war nicht gut. Definitiv nicht. Oh. 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 Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Wir haben die Möglichkeit, sehr, sehr, sehr viele Säckchen zu erhalten. Mit dem Sack of Sacks. Hm. Nur muss ich jetzt konsequent hier dauerhaft drinnen bleiben. Und hoffen, dass ich genug Geld kriege. Die Wahrscheinlichkeit dazu ist jetzt nicht sonderlich hoch. Wir müssen bitte sterben. Danke. Warum ist die Ebene so dunkel? Gattes Willen. Ich hasse sowas, wenn die Ebenen so dunkel sind. Oh ja, mein Lieblingsgegner. Was sind diese Viecher? Geht alles am sterben. Geht alles am sterben. Oh, 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 oh. Nur, dass ich euch noch gesehen habe, realisiert habe, was ihr überhaupt seid. Ich war nämlich so kurz auf dem Blick, wo ich dachte, hm, was rennt denn da auf mich zu... Oh, Mist. Das eine Viecher ist tot scheinbar. Das sieht ziemlich tot aus. Ich sehe es zumindest nirgends. Jetzt wird er auch sterben. Danke schön. Ich glaube, wir kriegen genug Geld zusammen. Ich bin mir wohl nicht sicher. Der, der muss weg. Der, der muss weg. Danke. Oh Gott. Hallöchen. Aber wir kriegen nicht genug Geld zusammen. Zumindest noch nicht. Das ist ärgerlich. Es fehlt genau eine Münze. Eine einzige Münze. Oh man, die holen wir uns. Ähm. Ich meine natürlich, die holen wir uns gleich. Ja gut. Nicht ganz, wie gedacht. Oh, und Daddy Long Legs. Das auch noch. Also jetzt hört es ja schon fast wieder lächerlich. Also dann gucken wir doch gleich mal hier rein. Und Speed Down. Tja, das hat Schaden gerichtet, würde ich behaupten. Und da ist der erste Nose schon nur besiegt. Na. Mistvieh. Warte, die Long Legs macht das Ganze so viel einfacher. So, dann gehen wir mal kurz zurück. Holen uns das Item. Die Autobatterie. Können wir uns eh nicht holen. Können wir uns eh nicht holen. Oh, genau. Lars drauf. Voll die gute Entscheidung. Richtig gut gewesen. Und der Devil Deal mit schwarzen Herzchen. Verdammt. Verdammt. Ach, wie blöd. Na gut, dann können wir in die nächste Ebene gehen. Ohne irgendwas erreicht zu haben. Was Reroads und Items angeht. Aber das war ja erst die erste Ebene. Es folgt noch so ein paar mehr. Zum Beispiel hier ein Tears Up. Okay. Aha. Maximal Tear Rate. Maximal Tear Rate auf kostendes Damage. I have greed. Gold Tears. Schön. Beziehungsweise gar nicht mal so gut. Ich wollte gerade sagen, wie selten kommen da die Tränen raus. Bringt da gar nichts. Aha. Nochmal zwei Schlüssel. Ich werde das jetzt rerollen. HP und Luck ab. Nee. Das lohnt sich nicht. Nein. Warum habe ich das eingesammelt? Ich bin zu blöd. Wobei, er ist nicht so schlimm. Glaube ich. Oho. Geld. Eine Karte. Temperance. Mhm. War vielleicht nicht die beste Idee, ihn da hinzusetzen. Aber er sitzt jetzt da. Und freut sich sein Lebens. Solange er denn leben darf. Was vermutlich nicht allzu lange sein wird. Mhm. Noch mehr Batterien. Okay. Das Spiel möchte scheinbar, dass ich über die Bohle. Unbedingt. Finde ich natürlich schön. Freut mich. Genug Münzen, die haben wir auch. Und das war's noch nicht. Na komm. Och, schade. Och, schade. Da gehen die goldene Träne zur Seite. Und hat nichts getroffen. Und auch das hat leider nicht funktioniert. Kein Fehler jetzt machen. Halt, stopp. So. Holen uns das. Böchste Tierrate. Rewon das. Nein. Rewon das. Nein. Oh, Pentagramm. Pentagramm. Dammit. Pentagramm. Eigentlich muss ich, müsste ich rerunen. Aber. Wir rerunen mal hier. Und holen uns mal kurz die beiden. Die zwei Münzen. Okay, das hat sich leider nicht gelohnt. Holen uns das Pentagramm. Na komm. Damage Up und zwar nicht gerade wenig. Und los geht's. Moment. Kein Boss. Was ist das denn? Hallo Pin, ich hab dich gesehen. Tja. Soviel dazu. Ganze Stuff mal einsammeln. Gucken. Gucken wir mal kurz hier rein. Da ist nichts. Und weiter geht's. Oh, die Goldtränen ist ja richtig gut. Komm, 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 komm. Es reicht nicht ganz. Verdammt. Passe dich. Passe dich. Aua. Das nehm ich definitiv nicht mit. Oder doch? Nehm ich das mit? Hm. Ich nehm's mit. Nehm es wird in der Hoffnung, dass wir ein paar sinnvolle Sachen finden. Was wahrscheinlich eher nicht der Fall sein wird. Aber man hofft. Okay, keine guten Items. Aber wir können dich hier nochmal kurz sprengen. Aha. Immerhin. Und das war's so ziemlich mit den sinnvollen Sachen. Nächste Ebene. Der Run ist viel versprechender als der letzte. Also sehr viel, viel versprechender. So. Was haben wir hier? Hatten wir das schon mal? Ich glaube nicht. Backstabber, watch your back. Backstabber, ich meins oder? Ja. Das sollten wir glaube ich rerollen. Das bringt uns nicht so viel. Der D20 wäre natürlich jetzt interessant. Von wegen wir könnten damit sehr, 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 sehr viele andersartige Items kriegen. Möchte ich aber nicht. Also wir holen uns nicht das. Zwei Trinkets. Wir kriegen sogar ein Trinket. Äh, Trinkets. Wir kriegen sogar ein Trinket. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ach komm. Okay. Watch my little charge bringt mir nicht so viel. Vielleicht können wir es irgendwie... Ja, rerollen können wir es nicht. Naja. Da müssen wir jetzt klarkommen. Hi. Oh wow. Seht ihr den Schlüssel da? Stirb bitte. Danke. Gibt es überhaupt irgendwas, was ich rerösen möchte? Oh hi. Eigentlich nicht. Wie ich drüber nachdenke. Noch eine Batterie. Hallöchen. Kriegen aber auch viel Geld nachgeschmissen aktuell. Muss einfach mal so sagen. Du musst weg. Dankeschön. Gibt es noch wer? Auch hier drunter. Na komm. Komm ran. Sehr schön. Ach, gibt es immer noch? Jetzt nicht mehr. Oh, was willst du? Tourclubs. Cool. Lohnt sich nur leider nicht so wirklich aktuell. Hm. War ja noch was zum rerollen. Reroll. Das Metronom. Nee, 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 nee. Nö, nicht wirklich. Schade. Mal schauen. Vielleicht finden wir irgendwas anderes nützliches. Wir machen aber auch Schaden. Wo ist er denn? Ach so. Ah, er war eingefroren. Okay. Was da auch an Geld teilweise rumkommt hier. Oh ja, noch mehr von euch. Super. Yay. Yay. Ich kann leider nicht rerollen, weil ich zu blöd war. Und habe es vergessen, dass man hier rerollen könnte. Na ja. HP und Flight. Das ist nicht so schlecht. Und tschüss. Nächstes Key Piece. Was haben wir hier? Tourclubs. Perfekt. Wobei, eigentlich ist das Schwachsinnig. Das können wir doch mal hier oben rerollen. Ah, die Box. Die Box. Die Box. Die würde sich lohnen, wenn wir... ...tatsächlich... ...wirklich aktiv gewinnen wollen. Was aber gar nicht unser Ziel ist. Was aber gar nicht unser Ziel ist. Das ist gar nicht unser Ziel. Wir wollen eigentlich nur neue Items kriegen. Und darum bemühen wir uns einfach jetzt mal weiter. Ja. So. Was haben wir hier? Oh, 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 oh. Du schützt mich vor Explosionen? Oh, sad. Das Item ist doof. Batterie hätte ich schon ganz gerne. Wir gucken mal kurz. Vielleicht ist da der Geheimraum. Nein. Okay, dann machen wir es so rerollen. Das mitzunehmen wäre, glaube ich, gar nicht mal so doof. Aber ist es nicht notwendig? Wir sind schon ziemlich stark. Dann sprengen wir mal kurz den ganzen Kram hier. Das war blöd, wie ich gerade feststelle. Wir belassen uns erstmal dabei. Mist. Moment, da oben war doch. Aha. So viele Schüssel brauchen wenig. Mist. Mist, 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 Mist. Danke, host head. Kommt hier noch jemand? Ne, da kommt keiner. Gut. Ich denke mal, da verfolgt mich irgendwas. Aber da verfolgt mich gar nichts. Das ist einfach nur Daddy Longlegs. Es wird langsam ein bisschen voll hier drinnen. Bisschen sehr voll. Ich hätte gerade irgendwie eine Möglichkeit, um was mit dem ganz schnell loszuwerden. Wollte den da oben? Das Spiel meines ist aber auch ganz echt böse mit mir, was die Gegner anzahlen gibt und die Gegner Art und sowas. Das ist nicht gerade freundlich, was das Spiel mir gerade vorsetzt. Aua. Danke, host head. So viele Batterien. Okay. Au. Was zur Hölle? Warum waren die geschossen so schnell? Was immer das gerade war. So, re-roll. Ach, das... Bevor wir da weiter re-rollen, re-rollen wir lieber hier. Warte mal, ist das nicht Aktivseiten? Das ist eine Aktivseite. Steine re-rollen. Können wir das einsetzen? Irgendwo sind wir hier kurz. Yay. Das brauchen wir jetzt definitiv nicht mehr. Aber ich habe hier hinten was anderes gesehen, was ich gerne hätte. Habe ich das da. Oh, was bist du? Aha. Aha. Ah, der D-Infinity. Äh, den brauchen wir nicht. Okay, jetzt ist es langsam schwierig mit dem re-rollen. Ich nehme das mit, weil es gibt Bomben. Dann könnten wir immer noch den da sprengen. Kriegen noch mal ein bisschen Geld. Okay. Und dann verzweifeln wir so ein bisschen an dem restlichen hier. Ja, schade. Brauchen wir alles nicht. Okay. Wir kriegen schon noch eine Batterie. Ja, wie ich sagte, da haben wir sie schon. Was der gestorben ist, wundert mich jetzt. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der durchkommt. Taterlicht. Schön. Oh, ich habe schon eine Batterie eingesammelt und beabsichtigt. Könntest du bitte mal kurz... Aua. Könntest du bitte gehen? Oder so? Was hältst du davon? Dankeschön. Okay, merke, es macht nur Schaden, den Sohn der Form anzugreifen, aber jetzt nicht so, sondern nicht viel. Beziehungsweise, ich glaube, es macht nur Schaden, weil er versteinert ist. Hast du den jetzt hingetreten? Da war doch gar nichts. Hasse diese Form. Ich finde es immer noch enorm, wie viel Zeug wir hier kriegen. Ja, okay. Tears und Shots, wie da, aber es bringt mir nichts wirklich. Aua. Okay, den einen habe ich irgendwie getrost übersehen gerade. Ehrlich? Ich hasse diese Viecher. Aua. Auch damit. Was ist er denn? Wenn ich gleich Schaden kriege, random kriege ich, wäre ich böse. Lässt es mal schön sein hier. So. Wir haben Bomben, wir können rerollen, wir gehen hier rein und sprengen den hier einfach mal kurz. Yay. Aua. Wäre schön, wäre es schön, wenn du ein Item droppen würdest. Was nicht passiert. Kennen dein Glück. Zeige ich ja. Revolve. cool. Oh, gut. Oh, gut. Was soll man machen? War da hinten noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nee, das hat man mitgenommen. Gut. Ja, das da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mitnehmen. Oh, der Kartoffelschäle. Oh, Chaos. So. Yay. Wir haben so viele Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Das ist furchtbar. Das ist echt furchtbar. Okay, Ranger können wir rerollen. Baby können wir rerollen. Was haben wir hier? Jede Menge Müll. Und so einen Typen. Nimm alles. Ich brauche nichts. Nee. Nee, 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 nee. Eines Schlüssel behalten wir erstmal. Sicherheitshalber. Okay, tschüss. Das hat sich auch erledigt. Und es würde sich jetzt lohnen, hier zu rerollen. Mhm. Wir machen das einfach mal. Ich glaube nicht, dass das Item mitgererollt wird. Nee, natürlich nicht. Es wäre auch zu einfach. Aber die Items, die hier oben liegen, sind auch Mist. Okay. Aua. Das tat weh. Warum sind hier immer solche blöden Gegner? Error Walk. Was ist das? Ich habe eine Karte gefunden, die ich noch nicht kenne. Was stand da, als wir sie aufgehoben haben? Wir werden das gleich mal ganz genau anschauen. Weißt du, solange überleben? Aua. Nicht cool. Gar nicht cool. Außer in Herz. Weißt du, solange überleben? Wie gesagt. Vielleicht tun wir das ja gar nicht. Ist ja noch der eine Gegner da. So. Jetzt aber. Was haben wir hier? Karte. Savor the moment. Was auch immer das bedeutet. Zweimal sogar. Was bewohnen wir als erstes? Das hier? Ne, das da. Okay. Oh, es würde sogar fast schon sinnvoll sein, das zu mitzunehmen, wegen Conjoint. Ach komm, nehmen wir das mit. Nehmen wir die Babys mit für Conjoint? Ja komm. Little Steven. Unendlich Bomben haben wir auch. Ja komm, wir gucken mal kurz hier rein. Was haben wir hier? The Hype Priestess. Das ist jetzt nicht so manz. Weißt du, wir können aber rerollen, bis wir schwarz werden. Ich will das Item haben. Okay. Wir rerollen nicht mehr. Wir setzen gleich mal die Karte ein. Einfach mal so jetzt. Was hat das genau getan? Okay, es beschleunigt uns und es verlangsamt die Gegner, scheinbar. Und es verlangsamt auch unsere Tränen gefühlt. Interessanter Effekt. Wäre auch ziemlich unnütz. Wenn das alles sein sollte, was der Effekt so drauf hat. Ich glaube irgendwie nicht. So. War ja noch was zum rerollen hier. Ich wollte das hier haben. Die Batterie habe ich jetzt einfach mal schon mal mitgenommen. für den Devil Deal. Und los geht's. Junge, lerne das ausweichen. Ich dachte ja kurz wieder, Daddy Longlegs greift mich an. Aber so böse wäre der ja nicht. Oh, sogar tatsächlich ein Devil Deal. Jetzt wird's interessant. Was haben wir hier? The Fool. Okay. Oh, das ist böse. Ganz böse. Ein Gapi-Item. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Also. Das mit. Halt. Ich hätte mich beinahe umgebracht. Ich hätte mich jetzt beinahe umgebracht. So. Conjoint. Jawoll. Das wollte ich haben. Wir haben noch The Fool. Wir gehen nicht da rein. Das würde uns nämlich überhaupt nichts bringen. Wir können auch das Spaß trotzdem rerollen. Vielleicht finden wir noch irgendwas anderes, was interessant ist. Wahrscheinlich eher nicht. Au. Im Zweifelsfall kriegen wir den Automaten kaputt. Oder kaufen wir uns das Sehnetz. Ich glaube das Sehnetz zu kaufen war echt wichtig. Haben wir irgendwas bekommen? Ich glaube nicht. Oh. Conjoint. Das ist natürlich super. Nächste Ebene. Wir haben so wenig Leben. Müssen bei Dingens Super Ultra Mega Greed hier unglaublich aufpassen. Ey toll. Jetzt kommst du mir mit Chaos an. Ist klar. Den Chaos kannst du jetzt auch behalten. Das kannst du jetzt aber auch dir sonst wo hinstecken. So, wir legen mal kurz die eine Karte weg. Das mitnehmen. Das mitnehmen. Und das hier. Dann gehen wir hier rein. Öffnen diese wunderschöne Kiste. Stellen fest, das war doof. Und teleportieren es wieder raus. Alles geplant. Das war nicht geplant. Okay, was haben wir hier? Aha. Nichts zu sonderes. Dann haben wir noch drei Bomben zur Verfügung. Wir werden mal kurz rerollen. One up. Wir werden nochmal rerollen. Okay, das ist interessant. Und los geht's. Bin ich da gerade echt drauf gelatscht? Wow. Oh du, wow. Da sage ich jetzt nichts zu, okay? Da sage ich nichts zu. Nein, wir sind ja eh fast tot. Deswegen müssen wir doch unbedingt da drauf latschen. Danke. How's that? Ich glaube, ihr habt ihr gerettet. Rackman, geh weg. Mit dir will keiner spielen gerade. Oh Gott. Sehen, Herz. Hab dich entdeckt. Das ist zum Glück recht ungefährlich für mich. Weil ich eine Immune-Gegende-Vision bin. Wie viele von den Schlüssels, die ich hier gerade kriege. Erstens, die war schon nicht gut. Befuhren, haben wir nochmal die Tower. Nochmal die Tower. Wir legen mal kurz die beiden Tower-Karten weg. Weil wer will die schon haben? Ich nicht. Ich möchte die nicht. Einmal. Zweimal. Dann haben wir noch Arrow Walk. Was auch immer wir damit anfangen sollen. Und The Fool. Können wir nochmal hier reingehen. So. Da ist die Karte zumindest weg. Dann kaufen wir uns einfach mal das hier. Die Spider-Mod. Und das. Und wir Re-Roll? Ne, obwohl. Doch. War jetzt nicht so nützlich. Oh Gott. Hallöchen, Leute. Können Sie bitte sterben. Dankeschön. Das war knapp. War ziemlich knapp. Zu knapp. Für meinen Geschmack. Wenn ich irgendwelche Schatten auf dem Boden sehe, denke ich immer, ich werde gleich angegriffen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Nichts besonderes. Wir sagen mal kurz alles ein, was irgendwie nützlich ist. Gucken wir mal kurz hier rein. Sehen, dass da nichts sinnvolles drin ist. Und gehen in den nächsten Kampf über. Oh Gott. Das könnte unser Tod werden. Sein. Oder nicht. Wir haben Glück bisher. Bisher haben wir Glück. Aua. Wir sind beide tot und wir kriegen den nächsten Devil Deal, den wir wahrscheinlich nicht eingehen können. Wir haben Glück gehabt. Wir haben gerade richtig Glück gehabt mit dem Devil Deal. Das können wir sprengen. Okay. Dann können wir den sprengen. Wenn wir die Bomben brauchen, würde ich später gar nicht. Okay. Jetzt haben wir eine Münze liegt da noch. Irgendwo. Oh. So viel dazu. Das können wir mitnehmen. Und jetzt können wir eigentlich alles hier raushauen, was wir noch haben. Um zu sehen, was wir hätten bekommen können. Scheinbar nicht allzu viel. Das ist schön. Gut zu wissen. Ne. Nichts Interessantes. Nein. Überhaupt nichts Interessantes. Okay. Wir gehen zum Boss. Fühle ich mich vorbereitet? Nein. Aber das ist egal. Weil selbst wenn wir verlieren, wir verlieren effektiv gesehen gar nichts. Aua. Yay. Steam Sale. Da kommst du jetzt mit an. Ich hätte den View wollen sollen. Verdammt. Egal. Hallo. So. Warum war ich das gemacht? Keine Ahnung. Error Walk. Was auch immer mir das genau bringt. Was auch immer mir das genau bringt. Der Arme. Der wird jetzt auch noch versteinert durch die Münzen. Okay. 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 Der Sound ist jetzt buggy. Tja. Ich würde mal sagen, das läuft nicht allzu gut für dich jetzt. Lass mal in Geld in Ruhe. Irgendwie ist das lustig Okay, die aktivieren sich noch genauso schnell wie vorher Aber die Herzen fliegen total langsam jetzt Ach wie gut Es ist eine interessante Karte Muss man mal sagen, ich glaube ich vereinfache den Kampf hier gerade enorm Aber nützlich finde ich es jetzt trotzdem nicht so unbedingt Was heißt nützlich? Sie ist langweilig Die Karte ist ziemlich, ziemlich langweilig Sie hat halt irgendwie keinen Nachteil Gut, es müssen nicht alle Karten einen Nachteil haben Und zum Gegenteil, aber trotzdem Weil das macht den Kampf halt schon lächerlich einfach Boah, wir sind auch immun gegen Explosionen Was soll uns passieren? Oh nein, er holt seine Freunde Die schrecklich gefährliche Masse an Gegnern Das ist ja skandalös Boah Und sonst so Nicht so spannend bisher Hörst du mir das Geld liegen lassen? Würde ich gerne noch einzahlen So Mach mir die paar Herzen mal kaputt Die uns gerade so in die Quere kommen Aber das ignorieren wir Und der Hostel ist natürlich jetzt genial Muss ich einfach mal so zugeben Den hätte ich auch gerne mal im Kampf mit Lost gehabt Gegen ihn Aber damals wollte der ja nicht Da kam Annie Er erschien nie So Phase 1 ist vorüber Es beginnt in Phase 2 Da ist auch mal langsam War eine Socke Die Laser hätte ich beinahe vergessen Weißt du was das schön ist? Wie sind die Explosionen sowas von egal? Das ist der sorglose Ultra-Reveal-Kampf seit langem Aber seit langem Wieso droppt der über ein Zeug Ist doch furchtbar Wo ist er denn? Ach da kommt er angeflogen Da kommt er angeflogen Gott ist das lächerlich Jetzt lass doch mal das Geld da in Ruhe Kann der überhaupt mir Schaden machen? Nur mit den Lasern Da kann man keinen Schaden machen Wie lächerlich Warte mal Warum verschwindet mein Gate ständig? Ach so Kann es sein Dass ich die Mechanik dieses Kampfes Erst jetzt verstanden habe? Ich glaube ja Ich glaube ich habe die Mechanik dieses Kampfes Erst jetzt verstanden Tja Durchgelaufen Naja mein Gate wird immer weniger Ja Das macht den Kampf ja schon fast sinnlos Um die Die Maschine aufzufüllen Warum sollte man das machen? Nimmt sich dann ja gar nicht Tschüss Hey wir können eine Münze einzahlen Zwei Korrigiere Yay Ich würde sagen Wir sind durch Keine Ahnung was wir jetzt noch hier machen sollten Wir haben keinen neuen Items bekommen Leider Zumindest obwohl Ja doch vielleicht Ich weiß es nicht Könnte sein dass wir neue Items bekommen haben Ich habe es nicht mehr richtig im Kopf Aber der Run ist vorbei Vielen Dank fürs Zuschauen Bei diesem Harder Binding of Isaac Auf dem Platz Ich hoffe ihr habt Spaß dabei Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder Bis dann und ciao ciao